Dynamo TV wird präsentiert von Verticalis und Hamburger Personenauffangnetze. Wenige Tage vor der Fertigstellung sind auf Dresdens schönster Baustelle am Messering 18 die Gewerke vor Ort, die Dynamos neuem Trainingszentrum den letzten Schliff verpassen. Zu denen gehört zum Beispiel das Küchenhaus Hillig. Ein Monteur der Firma ist rund eine Woche lang damit beschäftigt, die insgesamt sechs Teeküchen im Funktions- und Wirtschaftsgebäude zu installieren. Wichtig ist, dass die Materialien so beschaffen sind, dass die robust sind, dass man die Finger nicht sieht, dass es immer schick aussieht. Das ist uns gelungen durch diese Oberflächen. Die sind robust, die machen relativ viel mit, auch jahrelang. Der Pflegeaufwand ist relativ gering. In der Teeküche geht es ja doch manchmal etwas anders zu als zu Hause. Dementsprechend haben wir die auch so gebaut, dass die schon dem Verein ein paar Jahre lang Freude machen. Eine Teeküche wird es unter anderem im Pressekonferenzraum sowie im Physiobereich geben. Hier befindet sich auch ein Labor, in dem die Gesundheit und Fitness der Spieler analysiert werden kann. In der Mannschaftskabine ist ein Bereich für Getränke, Obst und Snacks vorgesehen. Das wird also die Küche für die in der Spielerkabine, wo die Jungs sich umziehen, wo die in der Trainingspause vielleicht eine Mittagspause machen und einen kleinen fruchtigen Snack essen können. Vielleicht ist auch die ein oder andere Weißwurst dabei. Das weiß ich nie. Es soll ja Spieler geben, die das gerne essen. Wir werden farblich angeglichen an die Garderobenschränke. Wir werden hier auch eine Holzfarbene, eine Arbeitsplatte drauflegen. Und was ich persönlich richtig gut finde, die Rückwand wird in schwarz sein. Und wir bekleben die dann noch mit Gelb, sodass wir eine schwarz-gelbe Rückwand haben in der Kabine, dass auch jeder Spieler weiß, wo er arbeitet, in welchem Verein. Und vielleicht kommt noch das große Dynamo-Emblem hier oben an die Wand. Schwarz-gelbe Akzente sind unterdessen in der Kantine bereits sichtbar. Hier montiert die Firma Püschel den sogenannten Free-Flow-Bereich, wo sich die Profi- und Nachwuchsspieler der SGD in den Pausen mit Speisen und Getränken stärken können. Außerdem sorgt das Dresdner Unternehmen für die Ausstattung der Großküche. Zwei Stockwerke tiefer, im Foyer, setzt Dynamos kaufmännischer Geschäftsführer Michael Born gerade die Plompe mit Zeitdokumenten vom Tag der Grundsteinlegung in den repräsentativen Sandsteinquader ein. Anschließend kümmert sich Steinmetzio Arim Krell darum, dass der über 200 Kilogramm schwere Grundstein einen festen Platz in Dynamos neuem Eigenheim bekommt. Das ist ein Posterer Sandstein aus der fächsischen Schweiz. Ein sehr hartes Material. Und aber auch ein sehr gut bearbeitbares. So, ich bringe jetzt noch eine farbverdebende Schutzimprägnierung auf. Da bleibt uns der Nass-Loop erhalten. Nebenan im Pressekonferenzraum ist die Firma Veranstaltungstechnik Schröder dabei, die Scheinwerfer einzurichten und die Tonanlage für zukünftige PKs vorzubereiten. Dafür wird in den nächsten Tagen noch ein Podium und eine LED-Wand eingebaut. Unterdessen ist die Teeküche in der Mannschaftskabine schon so gut wie fertig. Hier und da noch ein paar Schrauben justiert und allmählich ist alles bereit für die feierliche Übergabe der Immobilie an den Verein. Am 26. Juni ist es soweit. Dann ist Dynamos neues Trainingszentrum ein Meilenstein in der Vereinshistorie. Nach zwei Jahren Bauzeit pünktlich bezugsfertig. Nach zwei Jahren Bauzeit pünktlich mit der Reihe Das ist, was wir hier in der Vereinigt sind. Und das ist auch richtig. Aber wenn wir die Veins bekommen,